und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf diesem kanal ja und im letzten video haben wir hier so ein atm script programmiert wo man dann mit einem pin sich einloggen kann der natürlich auch falsch sein kann und dann ändern kann und geld auszahlen kann und so weiter und da haben wir ein bisschen gefuscht da konnte man die pin noch nicht so speichern beziehungsweise die wurde nicht in der datenbank gespeichert da ich aber mehrfach jetzt in den kommentaren gefragt wurde ja wie würde denn das funktionieren wollen wir uns heute noch einmal im kleinen exkurs damit beschäftigen wie man das dann in der datenbank speichert das ist echt überhaupt nicht kompliziert und genau deswegen schauen wir uns heute einfach mal an das lässt natürlich auch auf tausend andere sachen übertragen aber wir machen es jetzt quasi einmal konkret für die atms damit man am ende ein volles script hat was auch so eigenständig funktioniert und dann springen wir sofort in den coach ja und bevor es ins script geht macht es durchaus sinn einmal die datenbank zu öffnen denn wir wollen ja auch mit der datenbank arbeiten jetzt habe ich mehrere möglichkeiten wo ich denn diese geheimzahl speichern kann ich arbeite jetzt hier mit heidi sql das kann ich auch jedem von euch nur ans herz legen ich habe schon mal ein separates video dazu gemacht schaut euch das gerne an dann sieht das bei euch auch genauso aus wie bei mir hier genau das hier ist meine server datenbank und jetzt ist es im grunde so dass ich zum beispiel sagen könnte ich nehme mir hier die users oder ähnliches also zack wir schauen mal eben hier wäre zum beispiel die users und ich könnte natürlich hier jetzt das drin speichern also könnte ich hierher gehen und sagen okay ich lege einfach neue spalte an und in der speichere ich die geheimzahl ich finde es ein bisschen charmanter das ein bisschen zu entzehren und einfach eine eigene datenbank dafür anzulegen das hier ist auch überhaupt nicht verwerflich kann man auch sehr gerne machen ihr werdet das gleich sehen ihr könnt das genauso machen wie ihr wollt es ist beides absolut plausibel durch das video erklärt genau ich erstelle jetzt eine eigene datenbank und das würde funktionieren indem man jetzt hier her geht einmal mit neu erstellen also ich erstelle neue tabelle genau und sag neue tabelle und jetzt gebe ich hier oben namen ein ich nenne jetzt aber pin codes und dann muss man hier neue spalten dafür erstellen was man üblicherweise immer macht das so eine id spalte die ist irgendwie obligatorisch datentyp integer und als standard wert setzt man ein auto increment und was wir auch hinzufügen ist hier neuer index primary auch das ist vielleicht mal gut zu wissen was passiert hier jetzt wir haben jetzt erstmal gesagt okay wir wollen irgendeine spalte die heißt halt id und wir wollen dass die sich automatisch immer befüllt und die soll einzigartig sein auto increment macht dieses automatisch befüllen wenn diese diese spalte später keinen wert hat und wird er immer irgendein wert zugeordnet und zwar das automatisch da deswegen haben wir im standard des auto increment das einfach eine numerische ja ein numerischer hochzähler quasi so und dann haben wir jetzt gerade sagt neuer index primary primary bedeutet im grunde nichts anderes ganz 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 läppig gesagt als dass dieser eintrag eindeutig ist also wir können jetzt nicht zwei sachen mit der id 1 haben warum macht man das man kann dann über die id ist theoretisch später in der datenbank deutlich schneller abfragen das einfach so ein bisschen so ein performance ding machen wir jetzt in dem fall gar nicht ist trotzdem hübsch das zu haben ja wir gehen da jetzt einfach mal so ein bisschen drüber weg aber ich wollte dass ihr einmal so ein bisschen versteht warum man das ganz ganz oft hat und was auch dieser schlüssel hier bedeutet dann erstellen wir eine identifier spalte mit einem warchar in dem fall länge 60 wäre schon sinnvoll identify als meister 40 lang 50 wäre schon ganz gut wenn er noch ein char 1 oder so vorgeschrieben wird 60 nummer sich standardwert kein standardwert keine ahnung da könnt ihr machen wie ihr wollt eigentlich kein standardwert notwendig und dann müssen natürlich den pin speichern pin ist in dem fall eine vierstellige zahl eine vierstellige zahl oder auch eine sechsstellige zahl auch eine achtstellige zahl wer ja ja wer durchaus noch mit dem int machbar wichtig auch wir wollen ja keine kommastellen und so weiter also int ist an der stelle durchaus eine gute sache standardwert 0 ist egal machen wir gleich im script ja quasi uns unsere eigene lösung für dann drücken wir jetzt hier auf speichern und gucken dass er das alles erstellt zack und dann sehen wir schon okay das hat funktioniert und ich zeige euch einmal noch dieser auto increment funktioniert also wenn ich jetzt erst eins sage habe der pin von 6 555 was weiß ich zack und dann sehen wir hier erstellt automatisch id 1 wenn ich eine weitere zeile hinzufüge dann ist es zwei und so weiter das ist das was der auto increment macht und ich kann auch nicht hergehen und zwei mal die gleiche id vergeben das funktioniert nicht genau dann hat man auch schon so einen typischen fehler den man auch manchmal in der fahrzeuge konsolten die ist so dapd kate entry for key primary habe das mal verstanden das bedeutet immer dass irgendwo was doppelt reingeschrieben wird wo eigentlich ein freundlich ist ja jetzt aber genug einer db rumgefuscht und jetzt möchten wir sofort ins kript gehen und dort einmal etwas bauen und ich werde jetzt in unserem alten skript weiterarbeiten heißt heißt in diesem my atm script was wir im letzten video gebaut haben schaut euch das gerne auch an dann könnt ihr habt ihr quasi den genau gleichen stand das sieht dann alles genau so aus hier ihr könnt natürlich das optional auch einfach in einem leeren skript machen das macht erstmal keinen unterschied dann müsst ihr euch halt quasi die funktion wofür die gebraucht werden dann selber bauen fx manifest ganz ganz wichtig wir arbeiten jetzt gleich mit der datenbank entsprechend bei server scripts das war noch nicht so drin fügt euch das hier hinzu jetzt mag der ein oder andere fragen aber ich habe doch xsql gar kein problem das hier funktioniert trotzdem warum machen wir das in allen unseren skript so weil das beides unterstützt das unterstützt sowohl xsql als auch mysql async ohne da jetzt tiefer darauf einzugehen es ist so dass xsql quasi vorgibt dieses mysql async zu sein und deswegen funktioniert das 1a fügt das hinzu und dann funktioniert das so jetzt habe ich genug gelabert und jetzt wollen wir anfangen die ersten zeilen hier zu schreiben und wir möchten zunächst einmal jetzt ein callback erstellen ja wie man den pin abfragt denn es soll ja hier in der kleinen nur so sein dass wenn man den atm öffnet haben wir jetzt hier ja gerade diese abfrage drin und hier soll natürlich anstatt mein pin dann die richtige pin des spielers abgefragt werden das geht nur mit einem callback und deswegen schreiben wir jetzt hier einmal esx.register register register nicht verschreiben register server callback und dann geben wir dem ganzen irgendeinen namen also so was wie mail my atm doppelpunkt get pin und dann haben wir eine function sagt mit einem source und einem callback also cb und dann fühlen wir jetzt hier drin alles aus was wir so machen müssen dass wir auf der ersten seite zu allererst von uns einmal unseren x player das ganze geht ganz einfach mit local x players gleich esx.gap player form id und dann source und jetzt führen wir die erste sql abfrage durch auch das ist unfassbar einfach wir schreiben einfach mysql .async ganz wichtig das a muss dabei groß bleiben egal was euer auto korrekt vorschlägt .fetch all so bedeutet dieses fetch all verwenden wir immer wenn wir ein select haben merkt euch das erstmal so damit kommt man schon mal ziemlich ziemlich weit also ein fetch all und dann können wir jetzt hier sagen select pin from pin codes where identifier ist gleich at identifier was passiert jetzt hier das ist erstmal der select befehl wir sagen jetzt welche spalte er selecten soll ihr könntet auch sagen select er ist nicht select add select sternchen dann holt er sich alles was in dieser pin codes liegt aber es ist ein bisschen performanter zu sagen was er sich holen soll also select pin from pin codes wir hatten das ja vorhin erstellt pin from pin codes und dann sagen wir an welcher stelle quasi sonst würde er alle holen genau da wo der identifier gleich at identifier ist. at identifier weiß aber noch nicht direkt was das bedeutet deswegen gehen wir jetzt hierhin ganz wichtig schreiben ein komma dann eine geschweifte klammer auf die muss auch hinten wieder zu gehen jetzt eine eckige klammer auf und zu da drin in anführungszeichen at identifier an die syntaxe gewöhnt man sich ist immer das gleiche fürs erste mal schaut wirklich genau dass er da keine fehler macht da kostet so ein typisches ding was man am anfang mal falsch macht kommt man aber rein so und dann sagen wir ihm jetzt was identifier für ein wert ist das ist aber ganz einfach xplayer.identifier so ja und dann hat die datenbank das abgefragt und jetzt müssen wir natürlich irgendwie noch unseren wert bekommen und das geht auch relativ einfach indem wir jetzt hier sagen function result end so diese function wird jetzt erst ausgelöst wenn diese abfrage hier beendet ist das dauert einen moment es ist nicht so dass ihr das hier auslösen das ist quasi unmittelbar das dauert einen moment das liegt daran auch wie schnell eure datenbank ist und dann hat result hier in dieser function auch den wert also den rückgabewert das ist ein table wo alles drin ist was quasi zurückkommt und jetzt gibt es im grunde nur zwei optionen entweder ist im result eurer pin drin oder eben nicht so und das fragen wir jetzt einmal ab und fragen ab im result ist ungleich nil end result an der stelle 1 das muss man einfach so machen also quasi das erste ergebnis punkt pin ist ungleich nil denn als end in dem fall gibt es eine pin und wir können die zurückgeben das heißt wir schreiben jetzt hier cb und dann in klammern result an der stelle 1 punkt pin wenn es dieser fall ist dann wäre es so dass der spieler noch gar keine pin festgelegt hat das natürlich do und dann müssten wir eine zufällig generieren und wie wir eine zufällige pin generieren schauen uns jetzt eben einer stelle an das ist nämlich relativ einfach tatsächlich auch wir machen wir hier eine neue funktion so und dann rufen wir diese funktion zumindest schon mal auf mit so und die reine zahl jetzt irgendeine zufällige vierstellige ziffer zu bekommen ist tatsächlich könnte nicht einfacher sein da machen wir einfach local random pin ist gleich und dann schreiben wir hier math.random zwischen 1000 und 9999 irgendeine zahl zwischen 1000 und quasi 9999 das ist immer vierstellig und da haben wir dann doch ein paar variationen das sollte ganz gut passen ja und jetzt müssen wir die ja nur noch hier irgendwie in der datenbank eintragen und wie wir das machen ist im grunde auch relativ einfach wir machen jetzt ein mysql.async.execute und jetzt schreiben wir insert into jetzt den table namen also pin codes und jetzt machen wir hier klammer auf und übernehmen quasi so die struktur was wir einsetzen wollen das bedeutet in dem fall identifier, pin also schreiben wir hier ein identifier, pin und dann schreiben wir values wieder klammer auf, zu, add identifier identifier, add pin so und das ist genau das gleiche wieder hier oben auch, geschweifte Klammer auf, eckige Klammer auf und in Anführungszeichen add identifier, den sollten wir uns hier übergeben, das ist wichtig, identifier und dann noch einmal add pin und die pin, ja die haben wir uns ja gerade generiert, ist dann halt nur nymphen, so, damit hat das dann schon mal funktioniert, wir haben dann jetzt eine zufällige pin generiert, das bedeutet, wenn der Spieler jetzt hier rangeht, an den ATM, dann wäre es jetzt so, oder noch haben wir es nicht eingebaut, aber wir können es jetzt eben mal schnell auch einbauen, also wir gehen jetzt in der Client-Seite und machen jetzt einmal ein esx.trigger-server-callback jetzt ganz wichtig, wir übernehmen den Namen hier myatm.get-pin zack in Anführungszeichen natürlich, genau und dann haben wir eine Function und die gibt den Player-Pin zurück, also den Pin des Spielers so das ist soweit so schön so denn der Player-Pin kann dann hier abgepackt werden, also ihr setzt dann myPin mit der Player-Pin das funktioniert jetzt so lange, wie der Spieler auch schon eine Pin hatte in dem Fall hier haben wir gerade auch noch gar kein Callback-Value das müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal eben ändern das bedeutet, wir sollten ja, wir haben im Grunde zwei Optionen wir sollten wahrscheinlich diese Function hier doch nicht nehmen sondern wir sollten das hier einmal rausnehmen also wir kopieren das einmal hier raus und machen das hier rein und dann schreiben wir jetzt hier Komma Function damit wir die Möglichkeit haben wenn das alles eingetragen ist dann einmal über den Callback-Value auch die neue Pin zu übergeben und das Problem ist, der Spieler kennt ja jetzt seine zufällige neue Pin noch nicht weil die wurde ja gerade generiert das heißt, wir müssten hier jetzt auch einmal eintragen, sowas wie ja, wir können das X-Player-Event nehmen X-Player.show-Notification Zack und dann schreiben wir hier deine neue Pin und dann vielleicht in grün dann halt die Pin so Zack deine neue Pin und dann hier wenn denn Pin muss man sich dann halt gut merken aber das ist ganz wichtig dass wir den Schritt hier nicht vergessen dass wir dem Spieler quasi auch seine Pin mitteilen sonst ist das ein bisschen doof ihr könnt das natürlich auch anders quasi machen oder könnt euch da andere Überlegungen machen so funktioniert es aber auf jeden Fall so damit ist quasi alles Relevante jetzt hier auf der Client-Seite erstmal abgefrühstückt aber wir haben einen ganz wichtigen Fall noch nicht und zwar den Fall dass der Spieler seine Pin wechselt wir gucken mal wie wir es aktuell gelöst hatten beim Ändern war es einfach nur so dass das in der Nachricht ausgegeben wurde und das lokal geändert wurde jetzt müssen wir es natürlich auch noch warum wir in der Datenbank ändern das ist aber tatsächlich sehr sehr einfach das heißt wir gehen jetzt einmal hin und erstellen ein neues Server Event mit Register Server Event und dann schreiben wir myatm.change.pin dann wieder ein Event-Händler wieder mit dem gleichen Namen myatm.change.pin und dann gibt es zwei Werte die für uns relevant sind ja eigentlich der Identifier und der neue Pin den Identifier brauchen wir aber nicht übergeben das wäre unnötige Arbeit den holen wir uns aus der Source mit localxplayers gleich esx.get player.id und dann Source so und jetzt führen wir noch eine SQL-Abfrage durch und zwar die zum Aktualisieren des Pin-Codes das Ganze noch mit mysql.async.execute und dann schreiben wir hier update pin-codes set pin ist gleich add pin where identifier ist gleich add identifier gleich ist viel wie immer Komma Geschwalt-Klammer auf Ecke-Klammer auf und die Anführungszeichen und dann haben wir add pin ist gleich new pin und add identifier identifier ist gleich xplayer.identifier so update also in welchem Table in Pin-Codes welche Spalte Pin zu was soll es geändert werden zu der neuen Pin und wo soll das geändert werden da wo der identifier gleich der identifier des Spielers ist der das quasi geändert hat jetzt müssen wir das Event nur noch aufrufen nichts leichter als das wir gehen zurück in die Client-Lure und machen jetzt hier einmal ein Trigger Server Event myaltm.change.pin und wir übergeben dann hier an der Stelle den mypin und das soll es im Grunde auch schon gewesen sein und das testen wir jetzt eben einmal so und ich bin jetzt gerade ins Spiel geswitcht und wir sind ja gerade relativ schnell durch den Code durchgegangen deswegen wundert es uns nicht dass wir tatsächlich hier auch noch einen Fehler haben das ist aber tatsächlich gar nicht mal so schlecht so können wir auch ein bisschen Fehlerbetrachtung mal mit einschließen in das Coding-Video in dem Fall habe ich nämlich tatsächlich jetzt mal ausnahmsweise nicht alles vorgeschrieben aber wir fixen natürlich jetzt alles zusammen so dass ihr euch auch sicher sein könnt wenn ihr das jetzt hier genauso nachschreibt dann funktioniert das auch 1a genau an der ersten Stelle erhalten wir einen Fehler Integer Index Attempt to Index in Nill Value und zwar myatm.server.dua.zeile.8 server.dua.zeile.8 und das ist so ein typischer Fehler wenn man hier was abfragt was er quasi gar nicht kennt das bedeutet wir müssen hier das Punkt Pin wegnehmen also es muss von Result 1 abgefragt werden und ich sehe das jetzt hier gerade schon wir können es auch einmal darauf ankommen lassen es kommt gleich noch ein Fehler zack ich restart das Script noch einmal zack ensure myatm wir gehen nochmal ingame ich drücke nochmal e und wir sehen jetzt hier folgendes column identifier cannot be null wir haben also was passiert jetzt jetzt gibt es keinen Eintrag für den Spieler und jetzt soll er den eintragen insert into pin codes wir haben noch einen identifier festgelegt ja aber der ist null das darf natürlich nicht so sein sondern wir müssen hier identifier ersetzen mit xplayer.identifier so und dann hoffe ich dass das dann nämlich auch funktioniert ansonsten machen wir gleich noch mehr Fehler betrachten das ist heute sehr dynamisch so das Script ist auf jeden Fall nochmal neu gestartet und wir sehen schon wir können jetzt was eingeben das gefällt mir schon mal sehr gut jetzt ist das einzige was mir noch nicht gefällt dass ich meine Pin nicht mitgeteilt bekommen habe das bedeutet aber wir haben jetzt sehen jetzt hier schon mal okay er hat quasi meinen Char eingetragen und wir sehen auch die Pin 2 9 5 0 ich gebe das jetzt schon mal ingehm ein 2 9 5 0 und wir sehen das funktioniert auch jetzt ändern wir die zum Beispiel mal zu 9 9 9 9 gucken erstmal ob das alles funktioniert neue Pin 9 9 9 9 9 alles klar gucken wir mal gehen zurück in die Datenbank und auch das funktioniert ja jetzt wollte ich euch gerade nicht damit nerven herauszufinden warum diese doofe Notify nicht funktioniert weil ich mir eigentlich relativ sicher war dass wir das hier richtig gemacht haben ja und wenn ihr das genauso getestet habt dann hat das bei euch auch funktioniert der einzige Grund warum das bei mir eben gerade nicht funktioniert hat ist weil ich blödi ESX Notify ausgeschaltet hatte ich hatte nämlich ESX Notify zum Testen aus ja wenn ESX Notify an ist dann sehen wir hier auch schon zack da eine neue Pin 5 2 1 3 und dann funktioniert das auch absolut traumhaft und so wie wir das wollen so also auch das funktioniert dann haben wir das Script jetzt genau so geändert wie wir das eben haben wollen und ja ich hoffe dass das tatsächlich vielen von euch geholfen hat gerade die die nochmal nachgefragt hatten bestimmt ist auch für den einen oder anderen der jetzt nicht nachgefragt hatte was dabei ansonsten sehen wir uns im nächsten Scripting Video auch wieder hier auf dem Kanal bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag bis dahin und ciao bis dahin und 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 bis dahin bis dahin bis dahin Vielen Dank.